Summenstapel, Ordnerstapel, VCA-Fader, Aux-Checks, Busse, Sends und Fader, das Signal-Routing in Logic kann verwirrend sein. Muss es aber nicht. Ich habe von euch sehr viele Zuschriften bekommen zu diesem Thema und versuche jetzt mit diesem Video etwas Licht in die ganze Sache zu bringen. Wenn du nämlich einmal weißt, welches Routing für welchen Zweck am besten geeignet ist, dann bitte dir Logic hier sehr luxuriöse und effiziente Möglichkeiten zu arbeiten. Sollte dir dieses Video gefallen, würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit jemandem teilst, dem es auch weiterhelfen könnte. Und wir gehen jetzt ins Projekt. Viel Spaß! Starten wir mit Möglichkeit Nummer 1, wie du deine Spuren zusammenfassen oder routen kannst. Und das ist der sogenannte Submix oder Bassmix. Das funktioniert folgendermaßen. Ich markiere einfach alle Spuren, die ich in diesem Fall jetzt zusammenfassen möchte. Und wähle hier als Ausgang einen freien Bus. Das wäre hier Bus 1. Dann wird mir hier ein Auxiliary Channel angelegt. Den nenne ich in dem Fall jetzt hier Drums, weil es einfach meine Drumspuren hier drauf gehen. Und dann, wenn ich ihn hier solo laufen lasse, dann höre ich schon, dass meine Schlagzeugspuren hier drauf sind. Und was ich jetzt hier machen kann in diesem Bassmix oder Submix ist, ich kann die Spuren gemeinsam pannen. Ich kann eine gemeinsame Automation für diese Spuren einzeichnen. Ich kann hier Effekte reinladen, die dann alle Spuren beeinflussen. Zum Beispiel einen Kompressor auf den kompletten Drum Bass oder ähnliche Geschichten. Dafür ist dieser Bassmix da, verschiedene Spuren zusammenzufassen, auf einen Auxiliary Channel zu routen und dann dort gemeinsam mit Effekten oder mit Panning oder Automation zu bearbeiten. Das wäre der Bassmix oder Submix. Und dann kommen wir auch schon zur Möglichkeit Nummer 2. Und die ist jetzt Logic-spezifisch. Ich mache hier nochmal die ganzen Sends raus. Und das ist der sogenannte Summenstapel. Einen Summenstapel kannst du dir anlegen, indem du alle Spuren markierst, die da rein sollen. Und dann gehst du hier auf Spur und auf Spurstapel erzeugen. Dann hast du verschiedene Möglichkeiten, Ordnerstapel oder Summenstapel. Was es mit dem Ordnerstapel auf sich hat, zeige ich dir gleich. Wir gehen jetzt hier erstmal auf Summenstapel. Ich gehe hier auf Erzeugen. Und jetzt siehst du hier schon, dass diese Spuren hier alle auf einen Bus geroutet werden. Und das ist hier unser Summenstapel. Den kann ich jetzt hier auch mal als Drums benennen. Und auch hier siehst du, wenn ich den jetzt Solo schalte. Dann hören wir alle Drumspuren. Und auch hier könnten wir jetzt alle Drumspuren gemeinsam mit einem Effekt, wie zum Beispiel in einem Kompressor oder EQ bearbeiten. Ich kann auch hier pannen oder Automationen einzeichnen. Und jetzt stellt sich gleich die Frage, ist das dann nicht genau das gleiche wie ein Submix oder Bassmix, wo diese Drumspuren hier auf einen Auxiliary-Channel geroutet werden? Und die Antwort ist ja. Vom Signalfluss her ist es genau das gleiche. Mit dem Unterschied, dass du hier dieses organisatorische Feature hier hast, das dir hilft, gerade im Arrangement-Window besser zu arbeiten zu können. Ich kann nämlich jetzt hier diese Spuren einklappen. Und dann habe ich im Arrangement-Window hier zum Beispiel nur noch eine Spur für mein komplettes Schlagzeug. Genauso wie ich das im Mixer habe. Diese Funktion habe ich in einem Bassmix oder einem Auxiliary-Channel nicht. Und das ist auch schon der einzige Unterschied. Vom Routing her passiert hier genau das gleiche. Die nächste Möglichkeit, die wir haben, ist der sogenannte VCA-Fader. Ich erkläre dir gleich, was es damit auf sich hat. Ich lösche hier nur mal wieder unseren Auxiliary-Channel hier. Einen VCA-Fader kannst du dir anlegen, indem du hier rechts unten klickst. Dann gehst du auf Channelstrip-Komponenten und dann musst du das Häkchen hier bei VCA setzen. Ich habe das schon gemacht und du siehst es hier, dass wir hier schon Slots haben. Ich markiere hier also auch wieder alle Spuren und weise die jetzt einem neuen VCA-Fader zu. Und der erscheint dann hier hinten. Was jetzt hier auffällt, ist, dass du hier eigentlich nur ein Volume-Control hast, also eine Lautstärke-Kontrolle. Wenn ich das Schlagzeug jetzt spielen lasse, kann ich hier auch wieder leiser oder lauter ziehen. Aber was du siehst ist, bzw. was du nicht siehst, du hast keine Möglichkeit, hier jetzt Effekte einzusetzen auf diesen VCA-Fader. Du hast auch keine Möglichkeit, sie zu pannen oder Sonstiges zu machen. Und deswegen fungiert diese VCA-Fader hier als reiner Volume-Fader für verschiedene Spuren. Mehr kann er nicht. Der VCA-Fader steht für Voltage-Controlled Amplifier und kommt aus der analogen Welt oder der Welt der analogen Konsolen. Und da hatte er diesen Zweck, dass du verschiedene Spuren zusammenfassen kannst und diese dann, wie hier, diesem VCA-Fader zuweisen kannst. Und diese Spuren dann in der Lautstärke gemeinsam bearbeiten kannst. Es ist bei einer analogen Konsole sehr geschickt, wenn du zum Beispiel sechs Gitarrenspuren hast, dann brauchst du da beide Hände, anders als hier in der DAW, um diese Spuren lauter und leiser zu machen. Und deswegen war es ganz geschickt, diese Instrumentengruppen auf einer analogen Konsole in einem VCA-Fader zuzuweisen, um die Lautstärke dieser Instrumentengruppen besser kontrollieren zu können und schneller kontrollieren zu können. Was hier technisch in Logic, muss man noch dazu sagen, nicht so gut dargestellt ist bei den VCA-Fadern, ist, was technisch tatsächlich passiert. Denn wenn ich diesen Fader hier runterziehe, passiert auf einer analogen Konsole eigentlich was anderes. Und zwar gehen dann die Volume-Regler von allen Spuren nach unten oder nach oben, je nachdem, wohin ich gehe, werden sie die relativen Lautstärkeverhältnisse untereinander behalten. Besser dargestellt wird das in Studio One. Das kannst du hier im Beispiel sehen, wenn die CDR-VCA-Fader runtergezogen wird, dann wird tatsächlich auch das Volume der Einzelspuren, wird es dargestellt, wie diese Spuren runter- oder hochgezogen werden. Das ist hier in Logic genau das Gleiche, er passiert technisch genau das Gleiche, es wird nur nicht virtuell dargestellt. Für was ist jetzt so ein VCA-Fader gut? Und dieser VCA-Fader ist nur ein Volume-Fader, mit dem du die Lautstärke einer bestimmten Instrumentengruppe steuern kannst. Während sie, wie gesagt, das relative Lautstärkeverhältnis untereinander behalten. Für mehr ist der VCA-Fader hier in so einer DAW nicht da. Wir kommen zur nächsten Möglichkeit. Ich lösche mal wieder hier den VCA-Fader weg. Und die nächste Möglichkeit hier in Logic wäre der sogenannte Ordnerstapel. Wir hatten hier schon den Summenstapel und jetzt habe ich hier die Option, einen Ordnerstapel zu erstellen. Den erzeugen wir jetzt. Und was du jetzt siehst, ist auch, dass wieder eine Spur angelegt wird, die schon so ähnlich aussieht wie ein VCA-Fader. Und auch hier kann ich jetzt die Lautstärke des Drum-Sets oder aller Drum-Spuren gemeinsam hoch- oder runterziehen. Und das war es im Prinzip auch schon. Jetzt die Frage, ist der VCA-Fader dann das gleiche wie ein Ordnerstapel? Ja, das ist technisch gesehen das gleiche. Hier auch wieder mit dem einzigen Unterschied, dass du hier für bessere Organisationen sorgen kannst, indem du hier wie auch beim Summenstapel die Spuren einklappen kannst oder wieder ausklappen kannst, sodass du hier mehr Überblick im Mixer und im Arrangement-Window hast. Aber technisch gesehen passiert hier bei diesem Ordnerstapel und bei dem VCA-Fader genau das gleiche. Wichtig bei Ordnerstapel und VCA-Fader ist zu wissen, dass diesen angelegten Kanalzug hier durchläuft kein Signalfluss. Die Spuren werden also nicht zusammengefasst. Das Einzige, was du mit einem VCA-Fader oder hier diesem Ordnerstapel-Fader machen kannst, ist wirklich das Volumen mehrerer gemeinsamer Spuren zu kontrollieren. Kommen wir zur nächsten Möglichkeit in Logic und das sind die Gruppen. Ich reduziere mal hier gerade den Spurstapel wieder. Spurstapel reduzieren. Jetzt haben wir wieder hier unsere Drum-Einzelspuren. Und diese Spuren kann ich jetzt auch in einer Gruppe zusammenfassen. Du siehst hier den Slot für Gruppe und die kann ich jetzt einer Gruppe zuweisen. Ich nehme hier einfach mal Gruppe 1. Was die Besonderheit hier ist, ist, dass du die Möglichkeiten jetzt hast oder dass du verschiedene Möglichkeiten hast, diese Gruppe zu bearbeiten. Und das siehst du hier im Informationsfenster hier oder im Inspektor besser gesagt. Und hier hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten, diese Einzelspuren, die Gruppe 1 zugeordnet sind, zu bearbeiten. Ich kann also hier zum Beispiel bestimmen, dass das Panning gleich bearbeitet werden soll, dass ich alle gleichzeitig Solo schalten kann. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, schalte ich auf Solo, sind alle Solo, Mute ist schon eingestellt. Und wenn ich hier aufs Panning gehe, passiert das für alle Spuren gleichzeitig. Und deswegen sind so Gruppenfunktionen sehr geschickt für Editing-Arbeiten, insbesondere übrigens bei Drums. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch auf Bearbeiten gehen und das ist ganz geschickt, gerade für Drums oder auch Backing-Vocals. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Stille rausschneiden möchte, dann macht er mir das hier automatisch für alle Spuren. Die könnte ich jetzt hier löschen. Das macht er für alle Spuren gleichzeitig. Oder ich kann hier auch, wenn ich nur an einer Spur ziehe, Na komm, kann ich die hier kürzer ziehen und so weiter. Ist richtig gut für Editing-Arbeiten, die du an mehreren Spuren gleichzeitig durchführen möchtest. Wenn du jetzt kurzfristig diese Gruppenkupplung, so nennt es Logic, auflösen möchtest, weil du jetzt tatsächlich nur was an einer Spur bearbeiten möchtest, dann funktioniert das ganz einfach über Shift und G. Wenn du jetzt mal hier drauf achtest, dann siehst du, dass diese 1 hier für Gruppe 1, dass die hier ausgegraut wird oder dass sie nicht mehr so hell erscheint. Und jetzt könnte ich kurzfristig praktisch nur meinen Rectom hier bearbeiten oder kleiner ziehen oder was auch immer. Und das beeinflusst nicht mehr die anderen Spuren. Ich mache das mal rückgängig gerade wieder. Und wenn ich jetzt die Gruppenkupplung wieder einschalte, wieder über Shift-G, dann gilt die Sache hier wieder für alle Spuren. Jetzt könnte man sich dann auch fragen, gut, sind dann Gruppenspuren auch nicht das gleiche wie ein VCA-Fader? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hier über Volume eingestellt habe und ziehe hier diesen Kanalzug runter, dann passiert das gleiche. Und zwar für alle Spuren wird das Volume verändert und sie behalten hier die relativen Lautstärkeverhältnisse untereinander bei. Es ist richtig, dass vom Signalfluss her gesehen auch bei der Gruppenspur das gleiche passiert wie beim VCA-Fader. Allerdings hast du bei diesen Gruppenspuren hier einfach diese ganzen Gimmicks dabei, diesen ganzen Gimmicks, um die Spuren zu bearbeiten und um mehrere Spuren gleichzeitig in einem bestimmten Parameter wie Panning, Solo oder sogar Aufnahme zu bearbeiten. Und das ist sehr, sehr geschickt. Was übrigens auch sehr interessant ist, ist, dass du diese Möglichkeiten des Signal-Routings oder des Zusammenfassens von Gruppen oder Spuren auch kombinieren kannst. Und das möchte ich dir noch kurz zeigen. Wir könnten uns hier jetzt zum Beispiel noch mal einen Sand für die Drums anlegen. Das heißt, wir machen uns hier einfach einen Bass-Mix. Gehen wir noch mal auf Spur 1. Und ich benenne den hier Drums. Und wir können jetzt auch mal zum Spaß, laden wir uns hier einen Kompressor kurz rein. Also durchlaufen. Was ich jetzt machen kann, ist innerhalb dieses Bass-Mixes noch VCA-Feder anzulegen für eine bessere Organisation oder wenn ich ein bisschen unterschiedliche Sachen machen möchte. Ich kann jetzt zum Beispiel hier meine Trommel-Mikrofone, also die Mikrofone, die nur an den Trommeln sind, einem VCA-Feder zuweisen. Das kann ich jetzt zum Beispiel Drum-Mix nennen. Und ich könnte dann meine Raum-Mikrofone oder die Mikrofone, die mehr Räumlichkeit haben, einem anderen VCA-Feder zuweisen. Und das nenne ich dann einfach Room-Mix. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die einzelnen Trommel-Mikrofone einzeln anzuhören und die Room-Mix einzeln anzuhören. Also jetzt hören wir nur hier die Mikrofone, die direkt an den, also die nah an den Trommeln sind. Und jetzt die Raum-Mikrofone. Das kann ganz interessant jetzt zum Beispiel für so eine Aufgabe sein. Da kannst du die Spuren für den Signal-Routing untereinander sogar verschachteln für deine Zwecke. Übrigens, der Master-Feder hier ist nichts anderes als ein VCA-Feder für deinen Stereo-Out. Das bin ich nämlich auch öfter gefragt worden. Das ist deswegen so, weil manche Mix-Projekte haben mehrere Stereo-Outs. Zum Beispiel, wenn du einen Kopfhörer-Mix für einen Sänger anlegst oder was weiß ich was. Und deswegen ist hier ein Master-Feder schon angelegt. Der ist hier für deinen Stereo-Out. Aber es ist nichts anderes wie ein VCA-Feder. Wenn du an noch mehr Logic-Hacks interessiert bist, dann empfehle ich dir meinen Logic-Workflow-Cheat-Sheet. Da habe ich dir viele Tipps zusammengepackt, wie du deinen Workflow in Logic extrem verschnellern kannst. Das kannst du dir unten in der Beschreibung runterladen. Da habe ich es verlinkt. Ein weiteres Thema, das dich in Logic interessieren könnte, ist der Umgang mit Sense. Und was es hier mit diesem Post-Pan, Post-Feder und Pre-Feder auf sich hat, das erkläre ich dir ganz genau in diesem Video, das ich jetzt hier unten eingeblendet habe. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar oder ein neues Abo. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!